Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. In der aktuellen Staffel folgen wir dem Dramatiker, dem österreichischen Nationaldichter Franz Grillparzer auf seinen Spuren durch die Wiener Innenstadt, nämlich den ersten Bezirk. Und wir haben uns sein Leben angeschaut, wir haben seine Jugendstätten betrachtet, seine erste Liebe Charlotte besprochen, seine Langzeitliebe, seinen Lebensmenschen Kathi Fröhlich. Und heute in unserer dritten und letzten Episode zu Grillparzers Wien geht es wieder durch den ersten Bezirk und wir fangen auch wieder gleich mit einer interessanten Frauenfigur in seinem Leben an. Ich sage mal Servus Ritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Klautsch. Fritzi. Also, wir waren das letzte Mal in der Dorothea-Gasse, zu einer Zeit, als Franz Grillparzer das Drama König Ottokas Glück und Ende geschrieben hat. Das ist ja eigentlich auch ein bisschen so sein bekanntestes Stück ist, das als erstes aufgeführt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, was auch so ein bisschen dieses österreichische Nationaldichtertum, diese österreichische Identität hervorheben sollte. Stimmt schon. Stimmt schon. Unter Umständen hat er so ein bisschen hinterfotzig gemeint. Wieso? So ein bisschen mit doppeltem Boden. Warum? Naja, es gibt ja diesen Horneck-Monolog, es ist ein gutes Land und der hört auf, da tritt der Österreicher hin vor jeden, denkt sich sein Teil und lässt die anderen reden. Das kannst du jetzt interpretieren, in welche Richtung du auch willst. Es ist auch interpretiert worden in manche Richtungen. Da rufen wir jetzt mal unsere Hörerinnen und Hörer auf, wie sie diese Passage sehen. Wenn ihr dazu eine Interpretation habt, schreibt die doch unter dieser Folge auf unseren Facebook-Account Ad, erzähl mir von Wien und abonniert das, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das würde uns interessieren, wie ihr das seht. Naja, wir haben aber das letzte Mal schon gelernt, dass er zu dieser Zeit schon mit Kathi Fröhlich gut bekannt war, aber er ist dann wieder weiter umgezogen von der Dorothea-Gasse in die Ballgasse, die hinter dem Stephansdom ungefähr ist, oder? Genau. Was hat er dort erlebt für Abenteuer? Also kommen wir mal zum topografischen. Diese Ballgasse, das war früher das Himmel-Pfort-Kloster, das dann aufgelöst worden ist und parzelliert worden ist teilweise, also nicht die ganze Ballgasse, sondern dieser Teil zur Himmel-Pfort-Gasse. Da hat er eben im Haus Ballgasse 4 gewohnt und das Kloster hat einen Klostergarten gehabt und wegen dieses Klostergartens ist er Teil dieser neuen angelegten Straßen Blumenstockgasse genannt worden. Das ist das Haus, das kennst du vielleicht, das ist so ein Haus, das von einer Seite kommt von der Himmel-Pfort-Gasse die Blumenstockgasse, von der anderen Seite kommt die Ballgasse und das ist so ein Zwickelhaus. Da ist das Katzencafé gegenüber. Gegenüber ist das Katzencafé und in der Himmel-Pfort-Gasse, Entschuldigung, in der Raun-Stein-Gasse, nicht Himmel-Pfort-Gasse, Raun-Stein-Gasse, von der Raun-Stein-Gasse geht das weg, gehen die zwei Gassen weg. Und in der Raun-Stein-Gasse ist heute die Freimauer-Loge in dem Haus, das da entstanden ist. Gut, der Gliedl-Pazzer hat in der Ballgasse 4 gewohnt. Da muss ich jetzt noch ganz kurz nachfragen, die Freimaurer, nicht, dass wir da jetzt viel drüber sprechen wollen, aber hat er nicht irgendwann auch gewohnt in seinem Freimaurer-Haus? Ja, aber das hat mit Freimaurern nichts zu tun. Kommen wir vielleicht eh noch hin. Also jedenfalls in der Ballgasse 4 hat er gewohnt und hat beim Fenster rausgeschaut, hat am Fenster ein Mädchen oder eine junge Frau, 15-Jährige, gesehen, die Marie Smolenitz von Smolk, oder Smolk von Smolk, wird verschieden zitiert, und die hat ihn unglaublich fasziniert. Die 15-Jährige? Ja, die hat Papierpapillotten im Haar gehabt, weil sie sich die Haare eingedreht hat, und er hat das mit weißen Rosen verglichen. Er war schon über 30, also knapp über 30, und es ist also da zu einem sicherlich intimen Verhältnis gekommen. Mit der 15-Jährigen? Ja, vielleicht war es dann schon 16. Und sie hat andere Verehrer auch noch gehabt. Und sie ist dann auf einmal aus Wien verschwunden und nach angemessener Zeit zurückgekommen. Lass mich raten, was passiert ist. Ja, ich rate mal. Sie war schwanger und keiner durfte das mitbekommen. Ja, obwohl es wahrscheinlich alle mitbekommen. Natürlich, weil auf einmal, wenn ein junges Mädel... Sie ist dann zurückgekommen und zwei oder drei Jahre später dem Moritz Daffinger geheiratet. Mit 17? Ja, vielleicht mit 18, also so genau. Und wer war Moritz Daffinger? Moritz Daffinger war ein Maler. War der nicht auf einem Geldschein, einem Schilling-Geldschein drauf? Hm, Daffinger war sicher auf einem Geldschein. War bekannter Porträtmaler, hat den... Ein ganzer Schillingschein, glaube ich sogar. Muss ich nachschauen. Entschuldigung, ja. Könnte sein, ja. Also jedenfalls war der Grillparzer... Ich habe keine Ahnung, wie er das aufgenommen hat, aber vielleicht verwundert. Und der Daffinger hat dieses Kind als seines anerkannt. Die hat Mathilde Daffinger dann geheißen. Der Daffinger hat die sehr geliebt, war sehr traurig, wie sie mit 14 oder was gestorben ist. Und es hat aber allgemein geheißen, dass das Kind von Griegelparzer ist. Wow. Oh. Urg. Und, also wie gesagt, haben wir ja letztens schon gesagt, weiß man nicht. Kann man eben nur raten. Und obwohl die Mittagene verheißen war, ist das Verhältnis dann anscheinend weitergegangen. Und er hat da... Der Grillparzer hat da ziemlich gelitten drunter und hat... Aber hat andererseits, muss das eine sehr erotische Sache gewesen sein, er hat da ein Gedicht geschrieben, würdest du so lieb sein, das vorlesen. Die Liebe eines alten Mannes zu einer Minderjährigen. Also, okay. Also ich lese euch vor das Gedicht Marie Smolenitz. Der Himmel lässt in Tropfen sich hernieder, die Erde wallt in Düften ihm entgegen und weich ausbreitend ihre matten Glieder empfängt ihr Schoß den zeugungswarmen Regen. Gut, wobei das halt die... Ja, okay. Ich hätte es vielleicht anders lesen sollen, vielleicht sollte ich es nochmal lesen. Moment. Es heißt auch nicht Marie Smolenitz, sondern das ist halt ihr geschrieben. Okay, für sie geschrieben. Ich lese es nochmal vor. Der Himmel lässt in Tropfen sich hernieder, die Erde wallt in Düften ihm entgegen und weich ausbreitend ihre matten Glieder empfängt ihr Schoß den zeugungsarmen Regen. Das passt irgendwie besser, finde ich. Gut, gut. Er geht auf jeden Fall 1826 auf eine Reise nach Deutschland, trifft auf dieser Reise den Goethe, auch wieder, da will er schon kneifen und will schon gar nicht hingehen, dann geht er doch in der Goethe, kommt ihm aber sehr freundlich entgegen. Das wird ihm sogar bedeuten, dass er in der Goethe zu einer kleinen, in die man Abendgesellschaft einladen will, da geht aber der Grillpatzer nicht hin. Wie der Sinn hat. Hemmungen. Er ist, wie gesagt, er ist ein ganz komplexer Charakter, kann man sagen. Also da kommt er dann zurück. In Wien hat er mit Beethoven-Verbindung. Das sind Pläne, dass er ein Singspiel für den Beethoven, das Libretto schreibt. Er hat aber nur eine Oper geschrieben. Der Beethoven-Verbindung. Der Beethoven-Verbindung. Dieses Singspiel hätte Melusine geheißen, ist aber nichts draus. Melusine? Echt? Melusine. Melusine. Und Tauberhain am Musenginst, der L'Oriot kennt. Egal, andere Side-Story. Aber das wäre dann in der Familie geblieben, weil zum Fidelio hat ja sein Onkel, der Josef von Leitner, das Libretto schreibt. Ah, okay. Er hat sich dann die Zeit vertrieben mit der Ludlamshöhle, mit den Ludlamiten. Das ist was jetzt nochmal genau? Die Ludlamiten waren, wie wir schon des Öfteren gesagt haben, zu der Zeit keine politische Betätigung. Man hat sich so getroffen. Und diese Ludlamiten waren ein Verein, wo sie Männer, natürlich Männer, getroffen haben, Musiker, Maler, Schriftsteller, also Künstler getroffen haben, die alle einen Namen dort gehabt haben, einen Lustigen. Und die haben deutsche Ulk und Scherze getrieben. Das Lokal hat sich zuerst befunden, eh im Wohnhaus von Grillparzer in der Ballgasse 4. Dann ist er aber ins Gasthaus Heidvogel in der Nähe vom Graben oder beim Graben gezogen. Und ist relativ bald ausgehoben worden, weil der Siedlnitzki halt ganz einfach geglaubt hat, das sind konspirative. Was sie wahrscheinlich auch waren, aber eigentlich war es halt einfach ein privater Club, eine Partyzone. Ja, was sie da gemacht haben, das, ja. Schwülstige Gedichte über Minderjährige vorgelesen vielleicht. Vielleicht war das, weil wie er das Gedicht geschrieben hat, kann er die mit, da muss er die nicht mehr Minderjährige gewesen sein. Okay, und er hat dort geschrieben, in der Ballgasse, er hat da geschrieben, des Meeres und der Liebewellen. Aha. Die Geschichte von Hero und Leander. Und mit, die das also total durchgefallen ist. Das war überhaupt kein Erfolg, weil er hat einen ganzen Akt nur psychologisiert. Und so, also das war, war für's, war ganz einfach, es war ein Durchfall. Ja. Ja, und dann ist er umgezogen in die Spiegelgassen, interessanterweise unterhalb der Wohnung von den Schwestern Fröhlich. Da war er aber nur ganz kurz. Vielleicht war ihm das auch nicht recht, dass er ihn so nahe von der Karte gefunden hat. Keine Ahnung. Vielleicht war ihr das nicht recht und sie wollte einfach nicht mitkriegen, wie der da die ganze Zeit irgendwelche Geschichten der Herz hat. Naja, wirklich, weiß ich nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Dann hat er kurze Zeit im Bürgerspitalhaus gewohnt, in dem großen. Ja, wir empfehlen an dieser Stelle unsere Folge über Krankenhäuser in Wien, die zweite Folge davon. Und vorher hat er schon geschrieben, ein treuer Diener seines Herrn, das hat er geschrieben, anlässlich der Krönung der Karolini Auguste zur Königin von Ungarn. Und das war aber auch ein bisschen ein kompliziertes Drama und das ist eigentlich nicht wirklich ankommen. Und dann ist er 1831 eben dorthin gezogen, was du zuerst gemeint hast, vis-à-vis von der heutigen Freimauer-Maurerloge in die Rauensteingasse 6. Das ist jetzt der Hintereingang vom Warenhaus Steffel. Und das war ein ganz interessantes, oder der Vorgängerbau war ein ganz interessantes Haus. Das hat nämlich dem Hans von Brachertitz gehört. Wer war das? Und der Hans von Brachertitz war der, war Dombaumeister und das war der Vater von jener Marie, von der gesagt worden ist, der Hans Buchsbaum hat sie in sich verliebt und hätte deswegen seine Seele dem Teufel verkauft, damit er den zweiten Turm ganz schnell bauen kann. Ah, interessant. Ja, das ist wie der Sage und so weiter total vermischt. Dann ist er in die, da hat er ganz kurz nur gewohnt, dann ist er in die Bräunerstraße gezogen. Da hat er geschrieben, der Traum, mein Leben. Ganz ein Stück, das auf spanischen, auf den Calderon de la Baca zurückgeht und das ist so vermischt Traum und Leben und da gibt es ganz einfach ein Satzl drinnen, das ich bitte vorzulesen, das bekannt ist. Der Traum, ein Leben. Eines ist nur Glück hinnieden, eins des inneren stillen Frieden und die Schuld befreite Brust und die Größe ist gefährlich und der Ruhm ein leeres Spiel. Was er gibt, sind nicht geschatten, was er nimmt, es ist so viel. Das war immer so in meiner Schulzeit, das war das immer so, ein bisschen eine Metapher auf Österreich. Was meinst du, war das die Metapher oder wieso? Die Größe ist gefährlich, naja, weil das kleine Österreich, also soll sich gar nicht bemühen, da jetzt wieder so in der Welt, im Weltorchester eine Rolle einzunehmen, so eine starke, weil das eben gefährlich ist, wie man eben gesehen hat bei den Nazis unter Umständen. Also so quasi klein halten. Ich finde das aber ziemlich interessant, ehrlich gesagt, dass du so viele, dass dir so viele Grillpatzer-Zitate einfach so geläufig sind. Also dass du, ich meine, bevor du mir das gesagt hast und die Größe ist gefährlich und der Ruhm ein leeres Spiel, also ich habe, mir war das jetzt kein Begriff, ehrlich gesagt, davor und ich hätte es auch nicht auf österreichische Identität umgemünzt, sagen wir mal so. Das machen 35 Jahre aus. Ganz einfach, du musst dir vorstellen, ich bin in die Handelsakademie, also sozusagen in die Oberstufe gekommen, 1959, vier Jahre nach dem Staatsvertrag. Da war ganz einfach eine andere Gewichtung. Das ist schon eine, abgesehen davon, dass es wahrscheinlich auch individuelle Deutschlehrer sagt. Ja, bei uns, ich kannte Grillpatzer natürlich schon, das war mir schon auch ein Begriff und ich habe auch Stücke gesehen, aber diese Bedeutung, die irgendwie in seine Worte gelegt wurde oder die Interpretation für eine österreichische Identität, das war mir so nicht ganz bewusst. Also, kannte ich, wurde mir nicht so vermittelt, sagen wir mal so. Ja, weil es ist an unseren unterschiedlichen Generationen ja ganz gut nachzuvollziehen, eben wie die Gewichtung ist. Jetzt kommen wir ins Philosophische. Naja, aber es ist schon interessant und die Größe ist gefährlich und der Rum ein leeres Spiel. Ja. Ich hätte es nämlich auch ganz anders interpretiert, aber darüber sprechen wir vielleicht mal bei einem bei einem anderen, bei einer anderen Gelegenheit. Na gut, ja, also er hat dann den Traum in der Bräunerstraße gewohnt, das ist also quasi jetzt wieder in der Nähe von der Dorotheergasse, da beim, in der Nähe vom Graben auch und dann, wie ging es weiter mit ihm? Und da ist er zur Zeit aus seinem Grätzl eigentlich raus und ist in Stubenviertel gezogen. Stubenviertel, hinterm Halle Coburg in der Jakobergasse, heißt es heute und dort war das Augustiner Chor Frauen, das ist schwierig, das nicht falsch zu sagen, Augustiner Chor Frauenkloster mit Kirche, die dann im Zuge der josefinischen Reform eben zerstört worden ist, aufgelassen und zerstört worden ist und da das eben auch parzelliert worden ist. Dann ist er gezogen in die Himmelpfortgasse 16, Ecke Seilerstück. Da ist er dann schon 50 geworden, 1851. Und von dort gibt es einen Bericht vom Friedrich Schlögl, das war ein Zeitgenosse vom Grillpazer, der so Wiener Geschichten erzählt hat. So wie du? Aus eigener Erfahrung, dass er den Grillpazer oft in irgendeinem Gaststab in der Umgebung gesehen hat und dass der Grillpazer immer geistesabwesend war und manchmal hat er vergessen, was zu bestellen, dann hat er vergessen, das Bestellte zu essen, manchmal ist er gegangen und hat vergessen zu zahlen. Aber man hat ihn gekannt und es ist faktisch, man hat eben ganz einfach gewusst, dass er eh wiederkommt. Und dann kann man auch mal sagen, wir wollen sie nicht aufessen, Herr Doktor. Aber da muss ich dich jetzt mal grundsätzlich was fragen. Ich meine, wir haben jetzt ungefähr schon 25 gefühlte Wohnadressen von dem guten Grillpazer doch besprochen und umziehen sie an und für sich relativ mühsam. Wie kann das sein, dass der so oft übersiedelt ist? Also ich meine, das muss ja ein wahnsinniger Aufwand jedes Mal sein, oder war das habe ich nicht. Ich glaube, der hat eher imöblierte, er ist imöblierte Wohnungen gezogen, so als Zimmer. Zimmerherr heißt, er hat ein Zimmer gemietet. Ja, wobei man in der Himmelpfadgasse weiß, dass er gehabt hat, ein Vorzimmer, ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Allerdings wird nur von drei Fenstern berichtet, also scheint das jetzt nicht sehr riesengroß gewesen zu sein. man weiß es nicht, weil das Haus gibt es eben ganz einfach nicht mehr. Okay, aber das heißt, das war einfach möglich, dass man dann mit seiner Kleidung oder seinen Büchern oder was man halt gehabt hat, dass man nicht immer den ganzen Hausstand von A nach B, nach C, nach D, nach E, nach B. Das kann ich nicht denken. Ich denke an Beethoven, wie oft der umgezogen ist. Jedenfalls hat er in die Himmelpfadgasse weh dem, der lügt. geschrieben. Das ist ein Lustspiel. Ein Lustspiel. Lustspiel bezieht sich auch auf eine alte Legende vom Gregor von Thur und ich meine, die Quintessenz von dem Ganzen ist einmal ein Unterschied zwischen aufgeklärten Franken, weil es spielt zur Merovinger Zeit, und Germanen, die noch nicht christianisiert waren und es wird dem Küchenjungen Leon von einem Bischof aufgetragen, er soll dessen Neffen befreien und er darf nicht lügen. Und dieser Leon ist ein ganz pfiffiger Geselle und sagt, er lügt wirklich nicht, aber sagt die Wahrheit immer so, dass alle glauben, er lügt und ihm das nicht glauben. Und ich habe da persönliche Erinnerung daran, ich habe das gesehen, ich glaube 1972, Wartenstein und da hat den Küchenjungen der Klaus Maria Brandauer gespielt, sehr herzig, den Bischof hat der Friedrich Gewerr gespielt, falls er den Neue Der sagt mir jetzt akut nichts. Okay, ist schon der Generation und die Edrita, also das Mädel, das vorkommt, hat die Conny Frohbös gespielt. Die sagt man natürlich schon, okay. Nein, nein, mit Peter Kraus. Ja, damals war es mit Klaus Maria Brandauer, der Brandauer war eine frühen 30ern gewesen, war eine sehr, sehr herzige Aufführung, aber bei der Erstaufführung ist es durchgefallen, total. Also nicht dadurch, dass du gesehen hast, sondern wirklich die allererste Aufführung ist. Mit Bomben und Granaten durchgefallen, weil die Aristokratie war beleidigt, wie es gezeichnet ist und das gemeine Volk sozusagen hat es ganz einfach nicht verstanden. Und dann war der Grillpatzer beleidigt und hat nie mehr was veröffentlicht. Er hat schon noch was geschrieben. Er hat geschrieben, aber nichts mehr veröffentlicht. Interessant. Der lügt, war sein letztes Stück. Er ist dann 1843 nach Athen und nach Konstantinopel gereist. Er hat wahrscheinlich wieder Urlaub genommen. Nur drei Monate und nicht sechs Monate? Hat ihm sehr gut gefallen. Er hat die üblichen gesundheitlichen Verstopfungen gehabt? Ja, wie üblich halt. Wenn man Fernreisen macht, dann ist das immer ein bisschen problematisch. Das hat sich ja jetzt nicht geändert. Gut, und dann ist er umgezogen, wie er zurückgekommen ist, wieder in die Grün-Langer-Gasse, aber nicht auf zehn, sondern auf zwölf. Das Haus gibt es heute noch, da ist die Apotheke drinnen an Ex-Singer-Straßen. das ehemalige Nikolai-Kloster war. Da hat er als Jugendlicher gewohnt, als, ja, Da hat er mit dem Vaters, wenn er sich die erste Grill-Pazzer-Folge noch nicht angehört hat, sollte das jetzt im Anschluss tun. Genau, dort ist sein Vater gestorben. Und dort hat er geschrieben, ein Bruder Zwiss in Harzburg ist nicht veröffentlicht worden zu seinen Lebzeiten und da sagt man, dass der, das ist ja der Zwiss zwischen Rudolf II. und dem Matthias, und da sagt man, dass er in diese Figur von Rudolf II. sich selbst faktisch eingebracht hat, dass er sie da gezeichnet hat. Und seinen Bruder, mit dem er offenbar einen Zwiss hatte. Ja, das wird vielleicht nicht so erwähnt, das wird dann, weil der Don Cäsar kommt ja vor, der unjährliche Sohn von Rudolf II., den er umbringen lässt, aus der Rudolf II. Und da wird sehr viel hinein psychologisiert. Und dann hat er noch die Lippussa geschrieben, sondern später, aber nur damit wir das abhandeln. Das handelt von der Gründung von Prag, geschichtliches Stück, und die Jüdin von Toledo. Und in dieser Jüdin sieht ja er, sagt man, dass für ihn das Vorbild die Marie war, die Marie Smolenitz war. die Frau schlechthin. Diese Jüdin hat den König Alfons von Spanien in seinem Kampf gegen die Mauren abgehalten und daraufhin hat die Ehefrau und die Jüdin überringen lassen. Das ist immer eine Frage der Interpretation. Genau, da ist der König in den Kampf gezogen und ist halt befreit. Der Held. Ja. Okay. Okay, also diese Stücke hat er noch geschrieben und dann, jetzt ist er schon ein alter Grillparzer, oder? Ist er dann immer noch so viel umgezogen? Ja, naja, jetzt ist er schon, jetzt ist 1848 einmal. Und 1848 wäre, er ist ja immer gegen das Meternichsche System gewesen, aber trotzdem, typisch Grillparzer, schreibt er ein Liedgedicht auf den Feldmarschall Radecki, der den Aufstand in der Lohnpartei ja niederschlägt. Wie wir auch aus den Sissi-Filmen wissen. Aber gut, ich lese vor über Radecki. Ersten Vers. Glück auf, mein Feldherr, führe den Streich. Nicht bloß um des Ruhmes schimmer, in deinem Lager ist Österreich, wir anderen sind einzelne Trümmer. In deinem Lager ist Österreich, steht immer auf dem Radecki-Denkmal vor dem Ministeriumsgebäude. Am Stubenring. Am Stubenring. Genau. Und das haben die, obwohl er einmal gesagt hat, er wäre eigentlich ein Revolutionär, aber das war er halt in seinen Vorstellungen und in Wirklichkeit war das Westentaschen revolutionär. Mehr oder weniger. Und da halt im Oktober wie die Revolution wirklich dann vom also übernommen worden ist. Ich meine, das ist so ein blöder Ausdruck, aber es ist ganz einfach halt so. und wirklich gefährlich worden ist, wie auch der Kriegsminister Latour aufgehängt worden ist. Unsere Folge über die Freiung, bitte anhören an dieser Stelle. Am Hof. Da reden wir drüber. da haben wir auf der Gasse hat irgendein Bekannte gehört, dass er auf der Gasse hat und jetzt erholen wir uns den Grillpatzer, weil der halt dieses Gedicht geschrieben hat und da ist er gewarnt worden und konnte sich verstecken und es ist ihm nichts passiert. Er ist auf jeden Fall dann zu den Schwestern fröhlich gezogen. Doch, jetzt wieder. Jetzt ist er wirklich zu den Schwestern fröhlich in die Spiegelgasse gezogen. Also eine war ja verheiratet, die anderen drei haben dort gewohnt. Er war ja Direktor vom Hofkammerarchiv und ist in seine Arbeit gegangen. Zum Mittag ist er ins Wirtshaus gegangen, er ist auf die Kuh gefahren, alles allein. Die Schwestern haben ihm den Haushalt geführt, haben ihn umwuselt. In der Früh haben sie ihm das Frühstück wahrscheinlich vor die Tür gestellt, weil der wollte er rum haben. Und er hat immer sehr schöne Briefe aus seinen Kuren geschrieben. Zum Beispiel war mit der Kati sehr gut. Die Kati hat immer einen Zahn ziehen dürfen, weil er Zahnweh wahrscheinlich gehabt hat. Sehr intim. Aus den Kuren hat er immer geschrieben, bitte ich komme am Freitag zurück. Der Boden soll aber nicht mit dem und dem Mittel aufgewaschen werden, weil ich vertrage den Geruch nicht und so Sachen. so war das halt damals und so ist es auch heute noch manchmal. Und so hat er dann in Pension gegangen wie er 65 war, hat er den Hofrat Titel bekommen vorher, ist er schon mit Orden überschüttet worden, da war er wirklich bekannt und war schon sozusagen ein sehr verehrter Dichter und dann hat er noch gelebt, frisch, fröhlich vor sich hin, in seinen 70ern ist er einmal die Stiegen runtergefallen und dann ist er immer weniger rausgegangen, es sind Frauenbesuchen gekommen, da hat er geschrieben, diesen Vers, ich weiß nicht, ob ich den schon erwähnt habe, die Ähnlichkeit, die ich mit Christus habe, Frauen kommen zu meinem Grabe oder also und die Frauen sind aber sehr gern kommen, wenn es zum Beispiel ist, die Erinnerungen von der Marie Ebner Eschenbach, die wirklich mit bewundernden Worten, die erste Journalistin die Betti Paoli an Schwarzenberg oder an Lichtenstein, das war es jetzt nicht, und verschiedene andere Frauen, zu seinen 80. Geburtstag ist er wie gesagt von der Concordia geehrt worden und mit einem Österreichischen Nationaldichter bezeichnet worden und knapp nach seinem 81. Geburtstag ist er ganz ruhig in der Wohnung von den Schwestern fröhlich gestorben und da muss man dann dazu sagen, dass die dann natürlich sie als die Hüterin ihres Grillpatzes gesehen und haben erzählt und erzählt und eigentlich ist er dann fröhlich geworden. Ganz fröhlich. Durch die Erzählungen ist immer was dazugekommen, weggekommen, wie er dann wirklich war zum Schluss. Gibt es eine Totenmaske von ihm? Das weiß ich eigentlich nicht, aber ich glaube schon. Und jetzt mal, das gab, gibt doch, also ich bin das erste Mal so mit dem Menschen Franz Grillpatz quasi Gott sei Dank nicht in Berührung gekommen, aber habe ich gesehen, da gab es doch ein Wohnzimmer von ihm im Wien Museum ausgestellt. Wo war das ungefähr? Also von welcher Wohnung war das? Es gibt zwei Erinnerungsstätten an ihn. Und zwar er hat ja alles der Kathi fröhlich vermacht und die Schwestern fröhlich haben dann dieses Zimmer, in dem er gewohnt hat, haben es dem Wien Museum übergeben oder den Vorläufer von Wien. Und das ist eben im Wien Museum ausgestellt gewesen. Keine Ahnung, ob es jetzt Das war schon interessant. Die Totenmaske gibt es ganz bestimmt und die wird auch im Wien Museum sein. Und wo ruht jetzt Franz Grillpater? Wo kann man jetzt besuchen, wenn man einen Ausflug machen möchte? Also begraben Am Weringer Ortsfriedhof. Das war der heutige Schubertpark in der Weringer Straße. Das muss der erste Bezirk Friedhof gewesen sein. Da ist auch der Beethoven der Schubert begraben. Schubert wenig verwunderlich. Und dann ist er, wie dieser Friedhof aufgelassen worden ist, sind die meisten auf den Zentralfriedhof gekommen. Er ist nach Hitzing. Und die Schwestern Fröhlich sind dann relativ bald nach ihm nacheinander gestorben. die sind am Hitzinger Friedhof begraben. Da liegen sie wieder alle vereint. Alle vereint ist ein schönes Wort zum Sonntag. Darf ich ein Wort zum Sonntag noch sagen? Vielleicht hat das jetzt diese kleine Staffel dazu beigetragen, dass man sich für den Grillbazer wieder interessiert. Ich finde, der ist ein interessanter und ein österreichischer Mensch. Ja, voll. Der ist viel interessanter als das, was ich damals in der Schule gelernt habe über ihn. Ich kann mir das schon ganz witzig vorstellen, wie das so war damals in Wien. So viel hat sich vielleicht doch nicht verändert mit der Gesellschaft und mit wer, wem, wann und wie und wie Geschichten im Kreis gehen und so weiter und so fort und so Lokalprominenz. Also ja, er ist wirklich ein ja, ein guter, ein gutes, das Große im Kleinen erzählt, wie es so schön heißt. Ja, gut. Ja, wenn ihr irgendwas, Kommentare zu Franz Grillparzer habt oder uns auch erzählen wollt, wie ihr das wahrgenommen habt, euren Franz Grillparzer in der Schule oder später schreibt uns doch einen Kommentar auf Facebook zum Beispiel oder auf Instagram. Wir freuen uns darüber und sind gespannt, was ihr über Grillparzer sozusagen habt. In diesem Sinne vielen Dank, Fritzi, für diesen super Einblick und für diese tolle Staffel, die mir wirklich Spaß gemacht hat. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich mich auch. Servus, Fritzi. Servus, Edith. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.w und abonnieren nicht vergessen.